Ein bisschen auch zu Hause. Dadurch, dass der Besitzer Herr Schmidt eben ein Österreicher ist, hat es eine gewisse Gemütlichkeit hier, auch einen gewissen Touch, sehr gute Küche. Also die Bungalows sind sehr geschmackvoll eingerichtet, sehr sauber und ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Das war ein schönes Zuhause für drei Wochen. Und wie geht's? Sehr gut, danke schön. Eingewöhnt, alles in Ordnung? Alles bestens, ja. Bei Ihnen, Frau, alles wieder in Ordnung? Danke.